Ja, hallo hallo, es ist wieder so die Weihnachtsboxen für Games Workshop, wenn nächste Woche kann man die bestellen und dauern dann zwei Wochen bis sie geliefert werden oder bis sie dann kommen halt. Es gibt dann noch so ein kleines Rettling-Modell, aber das ist ja ein kleines Mini-Diorama, ich glaube für das wird es keine Regeln geben, höchstens über Legends oder sowas. Ja, die Boxen sind diesmal so gemacht, dass alle zu einem Detachment passen, da habe ich hierbei das so, das ist der Penitent Host, der Crusader Host, es gibt ja ein Detachment, wo diese ganzen Büsereinheiten stärker sind, deswegen haben sie jetzt da zwei Rhinos, einmal ein Trupp Arco-Flatulence, das sind diese Cyborg-Zombies, nennen wir sie einfach mal, Straftäter, die sozusagen die Gläger haben, sich zu bewähren und dabei zu sterben. um die für Sünden zu büßen, die Repentia, das sind nochmal 10, das sind die Herren der Repentia, die Peitsch die dann, um die nochmal zu motivieren, das sind die Läuterer, die kann man aber auch so mit dieser geschlossenen Box bauen, sind es also auch zwei verschiedene Einheiten und zwei Rhinos. Wurde es auch ein bisschen kritisiert, weil man gesagt hat, da ist ja gar keine richtige Sororitas-Einheit dabei und Panzer ist auch besser, aber das wird dann wieder, wie gesagt, zu dem Detachment nicht passen, von daher, das ist jetzt halt die Logik. Kann man so lassen oder kann man es halt nicht lassen. Dann, was ich, das wäre jetzt eins, was mich interessieren würde, aber wie gesagt, letztes Jahr gab es Astra Militarum, wo ich sage, das muss, das ist dieses Jahr nichts, wo ich sage, das muss unbedingt. Was auch für alle jetzt, egal was man spielt, ganz interessant ist, vielleicht sind diese Ritter, und zwar, die kann man halt in allen Armeen spielen, von daher, das, also auch wenn man sagt, ich möchte irgendwas bauen, weiß ich so nicht was genau, mit Rittern tut man es, die macht eigentlich nie einen Fehler. Die kleinen, das sind diese Babyritter, die kann man in zwei Varianten bauen, einmal, wenn man das hier sieht, wie ein Kanon, ist es halt bescheuert, dass sie die alle in den gleichen Varianten dargestellt haben, außer die, oben haben sie unterschiedliche Waffenoptionen, das sieht man jetzt ein bisschen, der hat keine, was natürlich unnötig ist, weil die kostet ja nichts, und der hat jetzt hier geglaubt, ich glaube, das ist übrigens Maschinen gewährt, die können Maschinen wie auch einen Melter oben haben. Und die andere Alternative, die man bauen kann, ist dann mit einem großen Kettenschwert und einem großen Melterkanonen, also von daher gibt es zwei verschiedene Einheiten, und die kann man auch in Chaos-Armeen und in imperialen Armeen spielen. Das ist bei einem großen Ritter, den kann man auch, gibt es auch bei Chaos- und imperialen Varianten. Sie haben jetzt bei dem allerdings, sind es nicht alle Varianten dabei, wie man bauen kann. Da gibt es so ein Update Spruce, wo man dann nochmal verschiedene Varianten bauen kann, da haben sie jetzt wohl nur zwei. Genau, als Paladin kann man den bauen und als Knight-Erend muss man, wenn man jetzt noch einen von den anderen Knight-Varianten bauen will, kann man den halt nicht bauen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt schon mal einen von denen hat, dann kann man ja den Update sozusagen für den verwenden, das würde also auch gehen. Das ist, wie gesagt, auch ganz interessant, weil es von den Punkten ja recht viel ist, so einer kostet ja schon mal 100, 120, 130, 140 Punkte, so ein großer 500, das heißt, das ist schon fast eine ganze Armee, die man hier hat, von daher nicht ganz uninteressant. Oh, was jetzt kommt, interessiert mich natürlich wieder gar nicht, es kommt zu Xeno, Quatsch. Und auch das Recht noch Necrons, was ich am meisten, neben Tyraniden am allermeisten hasse. Die haben jetzt einen Void-Drachen, das ist dieses Vieh, das ist der Overlord, soweit ich das verstanden habe. Und dann haben sie zehn Praetorianer, das müssen die mit den Stangen sein, und zehn Warrior, das sind die normalen Infanteristen. Und dann ist auch diese Käfer immer dabei. Ja, wurde jetzt auch ein bisschen kritisiert und gesagt, die Warrior hatte ja eh jeder. Finde ich jetzt nicht, weil wenn ich jetzt sage, weil die waren in der neunten Edition, war ja Necron gegen Space Marines. Und von daher waren die da recht verbreitet. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich will jetzt heute Necrons anfangen, dann bringt mir das nichts, dass die früher immer mal verbreiteter waren. Und von daher, ja, die Warrior, ich glaube, als Standard-Infanteristen braucht man die ja auch ein paar von. Von daher, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Noch mehr Xeno-Zeug, das war die Tau. Da kann ich jetzt leider auch nicht viel dazu sagen. Die haben jetzt vier große Kampfanzüge, oder einen großen und so, oder nochmal kleiner Kampfanzüge. Also, ja, ähm, wie gesagt, da kann ich leider auch nicht zu viel sagen. Ich würde euch ja gerne dann Datasheets zeigen und alles, aber geht ja nicht, weil die Sachen, ähm, sind ja, wird man einen Codex bezahlen müssen oder alles Mögliche. Gibt ja leider nicht mal kostenlos, sonst hätte ich das vielleicht noch sogar gemacht. Und das ist auch mal was, was ich jetzt interessanter finde, Dark Angels. Ähm, dann mit den Laien drin, dann, ähm, dann mal gucken, eine ganze Horde von den Terminatoren hier. Das sind die, da, dann eine ganze Horde, zehn Stück. Die finde ich halt extrem cool. Ich habe doch einen, gab es mal als Miniatur des Mondes, also richtig, ähm, sind ziemlich groß, doppelt so groß wie normaler Space Band, fast Ritter-Modelle. Diese Inner Circle Companions, das sind die, die gefallenen Dark Angels, die es dort mit dem Laien, dem Löwen angeschlossen haben. Habe ich auch die, die, die Geschichte, die im Sommer mal gehört, über diese. Laien, Son of the Forest heißt es genau. Also, das war einer von den besseren, gibt es Workshop-Geschichten. Und dann gibt es auch den, wie nennt sich der? Den, 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 den Priester, glaube ich. Äh, genau, den Chaplain dabei. Also, ich denke, punktemäßig müsste ich mal nachgucken. Ähm, aber das ist auch vermutlich eine halbe, gut, na gut, sagen wir mal eine Drittel Armee, Dark Angels, also wer Space Prince anfangen möchte, Dark Angels anfangen möchte, hat damit mit sich eine ganz gute Chance. Also, ich finde es schon cool, aber ich habe halt genug schon Sachen, wo ich, wo ich sozusagen, ähm, bauen kann, bauen gebaut habe. Von daher, ähm, man kann das alles haben. Gleichzeitig für Ego jetzt schon auf Sigma, aber da kann ja noch wenig dazu sagen, leider. Ähm, da gab es jetzt auch gar nichts, was mich reizen würde. Auch wenn es, wenn es einfach nur liebe Sachen gibt, die mich optisch reizen würden, würde ich da vielleicht auch schon zuschlagen. Aber gut, wie gesagt, ich denke dieses Jahr, ich glaube nicht, dass ich da jetzt was kaufe. Ich habe auch noch die Ordoxeno-Box, die ich drauf bauen möchte. Ähm, je nachdem, was jetzt mit Deathwatch passiert, würde ich da mal schauen, was damit, und dann habe ich auch mit Weihnachten was zu tun. Gut, bis dahin, tschüss. Tschüss.